Musik Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Morgenroutine. Das ist so eine Art Unimorgenroutine, aber eher so, wenn ich Zeit habe. Also ich habe heute erst 14 Uhr Uni, aber meine Eltern kommen nachher noch vorbei. Ja, ihr könnt mich gerne wissen lassen, ob ihr vielleicht auch eine Abendroutine sehen wollt. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich vielleicht irgendwie ein kurzes Workout machen soll, um ein bisschen in Gang zu kommen. Muss ja auch nicht lang sein, vielleicht 20 Minuten oder so. Das ist cool. So, Sport habe ich gemacht und ich würde sagen, ich begebe mich jetzt mal auf dem Weg in die Küche und mache mir mein Frühstück. Ich hatte jetzt vielleicht auch schon vorher geduscht, aber ich habe gerade so mega Hunger. Deswegen gehe ich jetzt erst frühstücken und dann duschen. Es ist mittlerweile sogar schon relativ spät. Normalerweise würde ich jetzt halt irgendwie was für die Uni machen oder ein Video schneiden oder so. Aber jetzt mache ich mich jetzt erstmal fertig für die Uni. Ich habe nämlich gleich schon wieder eine Vorlesung. Ich freue mich auch schon richtig gleich mit Fahrrad zur Uni zu fahren. Ich fahre nämlich immer mit Fahrrad. Aber es regnet gerade schon wieder draußen. Bei meiner Make-Up-Routine gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen, weil ich wirklich immer das Gleiche mache. Also oftmals gehe ich auch einfach nur ungeschminkt oder mit nur Mascara in die Uni. Aber eigentlich hatte ich überlegt, gleich noch TikToks zu filmen, falls ich noch Zeit habe. So, jetzt muss ich auch erstmal Kontaktlinien reinnehmen. Ich würde sagen, ich bin dann auch fertig mit meiner Morgenroutine. Ich ziehe mich jetzt nur noch an und gehe dann zur Uni. Das war es dann auch schon. Das war jetzt natürlich eher so ein entspannter Morgen, wenn ich halt erst später Uni habe. Ich kann euch gerne auch noch meine Morgenroutine abfilmen für, wenn ich früher Uni habe. Aber das sieht dann meistens wirklich einfach nur so aus, dass ich aufstehe. und dass ich aufstehe, kurz was frühstücke und dann einfach nur aus der Tür gehe. Mehr mache ich ja eigentlich nicht. Ich bleibe mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Tschüss!